Unser Regisseur war ja nun nicht so begeistert von unserer Mofa-Challenge. Ich weiß auch nicht, er hat sich was anderes vorgestellt. Und wir sind heute hier zusammen gekommen, weil unser Regisseur uns eine WhatsApp geschickt hat. Fahrschul-Challenge. Hey! Frau Männer, ihr baut den Parcours auf, ich überwache das Ganze hier. Ihr könnt anfangen. Ja, auf die Plätze fällen. Prost! Habt ihr eigentlich jetzt eine Ahnung, was mit unserem Regisseur ist? Keine Ahnung, wo der ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt der in der Sonne irgendwo und trinkt ein Bierchen. Darauf habe ich keine Ahnung. Habe ich keine Ahnung, was ich da sollte? Ich hab keine Ahnung. Du auch nicht? Nö. Okay, weil ich hab irgendwie in der Nacht so eine komische SMS bekommen. Der hat so ein bisschen einances gemischt. Er hat so ein bisschen verdecklich irritated. Losgeheißen hat, wir sollen uns hier treffen. Ja? Okay. Du weißt auch nix, Mr. Coolman. Ich weiß gar nix. Du da. Da sitzt einer so faul rum hier. Hey, sie! Was ist denn für ein Zettel da drin? Keine heißen Getränke. Das muss ich doch mal anscheinend. Fett nur noch. Ihr wollt euch wieder jung fühlen? Immer. Warte mal. Ich... Ich seh mit der Brille nix. Dann müsst ihr das machen, warum jeder 16-Jährige einen Mofa fährt. Beide aufreißen. Mädels imponieren. So. Das geht am besten, wenn ihr das schnellste Mofa habt. Okay, ganz klar. Krass. Hm. Ähm. Ihr startet mit einem Le Mans Start, rennt zu euren Mofas. Motor ist aus. Startet sie und fahrt 200 Meter. Wer das erste im Ziel ist, gewinnt. Ja, naja, bin ich raus. Kein Problem. Okay, mit Le Mans Start. Aber wenn ihr langsamer seid als eure Gegner, ein Fahrradfahrer und ein Läufer. Fahrradfahrer und Läufer. Ich hab keine Chance. Oh Gott. Okay. Na ja. Äh, ja. Macht ihr euch nicht nur lächerlich vor dem Producer und den Mädels, sondern ihr verliert auch Punkte. Super. Also das ist schon mal nicht meine Challenge. So geht's schon mal los. Na ja, es kommt drauf an, wie gut der Läufer und der Radlfahrer sind. Ja, ich befürchte das Rutz. Könnte knapp werden, oder? Gut, schauen wir mal. Und dann? Alles klar. Klaus. Und dann geht's weiter. Ciao, ciao. Ja. Ja. Ah! Oh! Ruf! 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 Eh? Krägerl! So viel Lärm macht! Super, du bist noch wieder wach! Na guck mal, du bist noch wieder wach! Ich bin echt verjungen! Geht richtig ab, Junge! Schau, du hast geils. Ich dich auch noch geils. Also das Drag Race ganz klar, Solo Hydro Drive Nummer eins. Ja gut, Hussein Bolt wird nicht mitlaufen, also denke ich mir, das wird nix als erster. Jan Ulrich auch nicht, also als Radlfahrer es wird auch nix, also ich denke mir, ich gewinne das Ganze, das ist ziemlich sicher. Ja, Drag Race, das ist schon wieder so eine richtige Kack-Challenge für meinen italienischen Supersportler hier, der leider nur 24 Stundenkilometer fährt. Also ich rechne mir für mich keine allzu großen Chancen aus, dafür habe ich definitiv das coolere Visier als alle anderen. Ich habe einen Außenspiegel und ich habe eine geile Klingel. Und damit reiße ich es mal richtig raus. Ja, wir sollen jetzt einen Drag Race machen und noch dazu gegen einen Läufer und einen Radlfahrer. Könnte schwierig werden. Schauen wir mal. Ah ja, gut, aber 200 Meter, dem Läufer geht nach 100 die Bruste aus. Der Radlfahrer braucht eine Zeit, bis er auf Touren kommt. Die Guttiger Rallye macht das schon, die beschleunigt bestimmt gut. Und im Topspeed sind wir gleich und dann werde ich ganz knapp vor denen ins Ziel kommen. Hoffe ich. Schauen wir mal. Mit allen halbwegs optimistischen Einschätzungen verkündet und dem Ziel im Visier war es Zeit, loszulegen. Ist das klar? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Äh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, was ich gesagt habe, war ja arschklar. Irgendwie letzter. Aber die letzten werden die ersten sein. Definitiv. Ich war zwar von uns noch der Erste, kurz bevor mich der Holger vielleicht da reingeholt hätte, aber irgendwie war selbst ich hinter dem Läufer und dem Radfahrer. Ich hatte einen schlechten Le Mans Start, das wäre erster geworden. Ganz sicher. Ich glaube, dass ihr zwei Pappnasen eure Mofas getunt habt. Scheiß haben wir. Ja, klar. Was ist mit dem Brustblinker hier? Alles gut hier. Ja, ja, super. Ihr bescheißt es nämlich. Nein. Doch. Nee, 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 nee. Das ist nichts zu tun. Hey, wenn man von dem Läufer abgehängt wird, dann kann das mit Bescheiß nichts zu tun haben. Tja, das ist euer Problem. Ich war der Letzte. Ich habe keinen Läufer abgehängt. Ich sage mal, der Mofa ist doch kacke, ne? Irgendwie dabei. Kannst du gleich zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren, ne? Ich glaube, wir müssen bis zur nächsten Challenge die Dinge doch noch frisieren. Was muss man doch machen, ja? Was ist mit dir los? In der Karma-Dose gepennt, oder was? Nee, irgendwie. Geht's nicht gut. Glaubst du nicht. Doch, den geht schon gut. Der will uns... Ah, hoppla. Der will uns ja verlieren sehen. Schau, der mag doch keine Mofas. Ja, ja. Ja, ja. Super, und jetzt haben wir ja noch Karosenfutter gegeben. Den werden wir schon noch zeigen. Ja, aber hallo. Ja, klar. Wirksgeschwindigkeit machen wir mal. Auf einen Kilometer. Mal gucken mal, wer das Beste ist. Und mit dem Läufer, ne? Bergab. Irrschenberg, Standstreifen. Dauert immer. Ja, klar. Ja, Meters. Es fängt zu regnen dann. Los, lass uns. Ja, ich würde auch sagen. Lass uns abbrechen hier heute. Bringt nichts weiter. Genau. Alles klar. Servus, ciao. Wow. Ah, juck. 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 Oh, ich bin völlig tot. Bis zum nächsten Mal!